Musik Ja, pass ich auch. So, schau mal. Ihr habt euch ganz intensiv mit dem Specht heute beschäftigt. Ihr habt das Quiz gemacht, ihr habt 1, 2, 3 gemacht, ihr wart bei den Stationen dabei, ihr habt T-Shirts bemalt. Ganz klasse! Mich freut es, dass es heute so schön ist und dass so viele Kinder da sind. Und ganz wichtig natürlich, dass das Wetter und der Wettergottes so gut mit uns es heute meint. Liebe Kinder, liebe Spechte, jetzt kommen wir zu euch. Ihr habt heute so viel gelernt hier über Spechte, über Waldtiere, über den Wald. Es ist wirklich ganz große Klasse, wie ihr heute mitgemacht habt. Und damit ihr auch diesen Tag hier in guter Erinnerung behält und immer wieder mal an den Specht, an die vielen Waldtiere und an die Bäume und auch vielleicht ein bisschen an den Nationalpark denkt, haben wir einen kleinen Stift für euch als Geschenk. Ein kleiner Specht, der sich hier an dem Stift entlanghangelt und Löcher reinhackt. für euch Nine Z David, am besten zu Advent. Wir mungkin bis zum nächsten Mal.